ohne schminke komplett andere person wieso macht man das schreibt man den kommentaren wie ihr das findet krass was eine veränderung also diese creme möchte ich auch haben ne warmmachen oh god schönheit kann wortwörtlich leiden sieht gut aus wieso verändert ihr euch so man kann sich ja auch normal schminken aber das ist doch übertrieben oder leute jetzt mal ehrlich und außerdem aber was war das hat sich da aus dem aus der nase rausgeholt waren das mülltüten krass was ist das für eine creme heftig krass heftig geschminkt aber was ein unterschied kein mensch ist perfekt aber jeder ist auf seine art und weise einzigartig ihr braucht euch auch nicht so komplett zu schminken wirklich ach das tut doch weh also ziemlich heftig und total unnötig so übertrieben daumen hoch wer das auch so findet krass was für eine unterschiede aber was schminkt ihr ausmachen kann schreibt mal bitte in den kommentaren was haltet ihr davon so viel zu schminken wir männer wir finden unsere frauen auch ohne schminken hübsch das verstehen auch unsere frauen nicht aber das ist wirklich so nidels wirklich krass was ein unterschied was ist das denn wie viele cremen gibt es denn für gesicht was kann man alles für gesicht denn machen krass wie männer wir benutzen nur ein shampoo für alles aber wirklich ich sag nur dazu verändere dich nicht damit andere dich mögen sei du selbst damit die richtigen menschen dich lieben klickt mal einen daumen nach oben wenn ihr das auch so findet kommentiert mal bitte wie findet ihr das bleibt gesund